Gewusst habe ich es schon ein Jahr. Aber erst kurz vor der Reise, da wurde ich von Equipage zu Equipage immer näher an Margarita herangeführt. Ich war Alemann. Ich bin die Deutsche. Wenn Sie erlauben, Majestät, Ihre deutsche Grammatik. Ich bin die Welt, die ich in der Welt bin. Die Leute, die ich in der Welt bin, die Welt ist so schreitend. Ich bin die Welt, die ich in der Welt bin. Oh, I wish how I wish I could breathe them all Why, I'm bagging, yes, I'm bagging for an honest mind Why, I'm bagging, yes, I'm bagging for an honest mind Why, I'm bagging, yes, I'm bagging, yes, I am Wien, Jänner 1667 Hexenwerk und Zauberei, das Rossballett von Kaiser Leopold Wie ein riesiges Theater, wie ein Turnier im Alcazar Es müssen tausend Mitspieler gewesen sein Und Kaiser Leopold ritt selbst, inmitten seiner besten Reiter, eine Corvette nach der anderen Und Kaiser Leopold ritt selbst, inmitten seiner besten Reiter. Ich bin noch wach Ich warte Sie ist noch immer bei ihm Lachen, weinen Sie kann schon einige deutsche Worte Ja Nein Vielleicht 28. September Himmel, es ist ein Pop Leopold ist außer sich Und Margarita, schwach Ganz schwach Elend Heißen soll er Ferdinand Benzel Er Wie Herr Wie Er Wie Ich bin noch Elfter Jänner Wir konnten kein Wort, nur weinen. Leopold kann es nicht glauben. Der Kaplan hat gesagt, dass die Welt, und besonders Wien, nicht frei ist vom Bösen. Dann sprach er von einem göttlichen Plan. Inescrutable designio de Dios. Gott im Himmel, was für ein Plan. Ferdinand Wenzel, der war doch ein Kind. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 You know there's no one I can trust Beside them all, it's me Who so smile, smile There's no one I can trust Beside them all, it's you Where I am Where I am Where I am Ich brachte das Kind zu Bett Die Hebamme hielt Krankenwache Es war Mitternacht, als sie mich weckte Der Arzt sezierte ihren Leib Es hätte ein Bub werden können Applaus So Applaus